ja hallo liebe freunde und herzlich willkommen hierzu halt die zunge gebissen ja das tut auch scheiße weh aber das soll mich nicht stören jetzt hier ich würde sagen wir können einem game beitritt und zwar der gib mal weh ein gib mal weh ein ja einfach nur weh findest du einen raum mit sieben spieler weh kleines w ja hab ich eingegeben aber der raum hat gerade neun von zehn spieler sieben dann gibt einfach mal einen raum ein der heißt eins zwei drei vier fünf sieben von zehn spielern 1234 ab welchem server bist du bin ich auf einem anderen server eigentlich müsste ich sollte auch auf europ best ok dann oder sucht du mir mal einen raum aus und dann ja 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 wie heißt der warte ich hatte ihn hier gerade er hat einen sehr amüsanten namen meiner meinung nach und wir sehen uns wieder sobald wir einen raum haben um ok leute es geht los ja round is over ja 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 ich bin alleine ja nein meine figur hat einen guten arsch ja und wenn ihr weitere gute ersche sehen wollt dann würde ich mich auf jeden fall hier freuen wenn ihr einen like da lasst dankeschön Dankeschön. So, jetzt machen wir hier noch kurz ein paar Einstellungen. Ah, der Karton ist clean. Ja, ja, so ist das. Ja, ja. Du wirst mich niemals finden. Wahrscheinlich bist du in irgendeinem von Toms, äh... Ich bin irgendwo in Tom. Wo man sich selber tötet. Ich bin in Tom, natürlich. Ja, genau. Ich hoffe, es ist sehr angenehm in Tom. In Tom. Ja, nein. Okay, wer hat die Toiletten getraut? Irgendwer hat zwei Toiletten getraut. Ja, es passiert schon mal. Zwischendurch. Vielleicht hätte wer so einen Tiefseetauchenden Fetisch. Was? Ach du Scheiße. Hä? Äh... Was aber auch immer du bist, das ist ein gutes Versteck. Ja, so ein bisschen... Man tut ja sonst nicht so wirklich was für sich, ne? Naja... 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 Überhaupt... Das wird anstrengend, aber das sollte nicht ganz unmöglich sein. Ich schieße jetzt einfach jeden Scheiß ab, der verdächtig aussieht. Ich... Naja... Du... Ernsthaft? Du scheiß Stuhl, Mann. Naja... 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 Geh aus, du Scheiße! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Heilige Mutter Maria Jesus! Oh mein Gott, das war grad so engel... Naja... Naja... Okay... Hm... Hm... Irgendwo muss sie ja sein... Das ist ja... Das ist was... Ha? So... Dann gucken wir uns mal um... Das sind immer die härtesten 10 Sekunden ever, wenn diese Scheiße läuft. Okay, ich hab jetzt... Ich hab noch 1 Minute 15. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Könnte klappen. Könnte aber auch in die Hose gehen. Durchaus. Man könnte aber auch aus dem Fenster fallen. Okay, ich hab noch... 1... 50 Sekunden. Oh fuck. Super, mein Ladekabelstreik... Ich verpiss dich, du scheiß Mücke. Keiner will dich hier. Oh mein Gott! Hallo! Kannst du mal aufhören auf dem Waschbecken zu schießen? Ich bin... Ich bin Fliesenleger. Ich darf das. Du bist kein Riesenleger. Oder vielleicht doch. Kommst du? Jawoll! Ich war... Immerhin war ich ein schönes Waschbecken. Kein Kommentar, Verstehung. Da fällt mir nichts zu ein. Wieso ste... Wieso stehen hier 3 Kartons? Ich weiß, was gefällt mir nicht. Ich weiß, was gefällt mir nicht. Oh Scheiße, da ist sie ja wieder! Ja, ich hab dich... Irgendwer ist im Game gejoint, ich hoffe sie ist bei mir, weil... Also wenn es ein weibliches Wesen ist... Ach Shit! Wie? Ich hab einfach einen Karton verloren, das ist falsch bei mir. Junge, hier fehlen einfach auch wieder Toiletten, das ist auch total normal, ne? Verdammt, du hast mich gesehen! Ah! Scheiße! Wer ist gejoint? Ich hab dich mal nicht bewegt! Aber ey, aber komm, der ist Player, man! Perfekt! Mhm... Die nächste Runde will be started! Labenz! Grüße ihn raus und ich Labenz, du seist auf jeden Fall gegrüßt! Okay, ich hab zwei Ziele, die ich auslöschen muss! Ah, du bist alleine! Schöne Sache! Schöne Sache! Let's go! Dafür werde ich dich extra abschießen! Jaaaa... Egal... Eigentlich kann es nicht so schwer zu finden, du kannst... Es kann gar nicht so schwer sein, dich zu finden, du bist mega schlecht! Ja, ich weiß! Das Ding ist meistens bleib ich da halt! Alter, na... Nee... Digga... Alter! Mann! Ich hasse mein Leben! Ey, aber mir ist aufgefallen, das Leben als Bürger ist voll schwer geworden! Nummer eins! Bam! Mal sehen, wo Nummer... Mal sehen, wo Nummer... Mal sehen, wo Nummer... Ah! Ich weiß, wo es ist! Es! Jaaa... Ich weiß, wo es ist! Jaaa... Du bist nah dran! Du hast dich bewegt! Und das... Ey, das... Es kommt im Kreis! Warum? Mädel! Junge! Jawoll! Rechheit! Sauber! Jaaa... Aber... Aufmerksamkeit! Ich muss hier mal meine Sitzposition ändern! Das geht auf meinen Rücken! Ach fuck! Hahaha! Das war wohl doch zu aufwendlich! Hä? Hä? Hahaha! 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 Was warst du? Ich war eine Toppflanze auf einem Tisch! Hahaha! Hahaha! Schlecht eine Toppflanze aus dem Tisch? Ida Fox! Wer sonst? Jaaa... Stimmt... Das erklärt so einiges! Witz! Und er würde einiges erklären, denk ich mal! Aber das ist eher so ne Pflanze, die ich in nem Garten stellen würde! Oder so! Jaaa... in der Tat! Nein! Hahaha! 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 Oh, der Kack! Hallo! Hahaha! Ey, fuck! Das ist so... Das ist... Hallo! Mann, reiche mich! Ich bin ein unschuldiger Barhocker! Du bist kein Burger! Ich bin ein Barhocker! Ich bin ein Barhocker! Achso! Ich bin ein Barhocker! Ich bin ein Barhocker! Ah! Äh... Oha! Mann, wäre ich da geblieben! Ich glaube das ist dieser Raum... Oh Mann! So! So! Du! Jaa... 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 Fun Fact Leute, den ganzen Kram, den wir hier lasern, nehmt den nicht ernst, das ist alles Humor. Genau, das ist alles Humor. Ich wollte nur mal gesagt haben, nicht dass die Kommentare irgendwie voll mit irgendwelchen Kram sind. Oh Mädel, wieso bewegst du dich denn? Das wäre nicht aufgefallen. Wie? Okay. Aber egal. Jawoll! Nice try. Ich war ja jetzt nicht in die Toilette gerannt, aber egal. Ich bleib einfach mal hier so stehen und hoffe, dass mich einfach keiner entdeckt. Ey, wir hüpfen hier gerade synchron rum. Ihr hüpft synchron rum. Synchrone rum. Die neue Disziplin Synchrones rumhüpfen. Ja, nicht falsch verstehen hier Leute. Jojo ist immer oben. Ja, wie auch immer. Das sind zwei Burgers. Das finde ich nicht so geil. Irgendwer ist noch gejoinnt. Lean, join the game. Das ist ja nicht gut. Auf einmal bewegt sich die Toppflanze. Wooh! 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 Wir sind ja so geil. Ich bin so geil. Oh! Ach dieible! Cool, ich mag sie. Aha, sie hat aufgehauen. Haaah! Ich hab auf ihn. Ich hab auf ihn geschossen und dann ist er despawned. Ich höre, du hast sie verärgert, Mann. Ahhhh. Ja, Suchstruppi, Such. Ja. BAM! Treffer. Hey, was war es? Oder sie? Oder was auch immer? Love ands left the game. Oh. Frech. Was war sie? Eine... Ja, eine Dose. Ich würde behaupten, ihre Dose war auch... Ja. Nicht mehr die beste. Okay, ich weiß, wo du bist. Bist du dir da sicher? Mehr oder weniger. Oh Gott. Ja. Du bist... Ich bin? Du bist hier irgendwo in der Nähe. Frage ist nur, was bin ich? Oder wie bist du? Wie? Ja. Ja. Ja... Hm. Jamaika. Geh aus, 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 Geh aus! Puh, okay. Aber das könnte gut für mich ausgehen. Vielleicht. Also, ich, ich habe Hoffnungen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht sagen sollen, aber egal. Ja, in der Tat. Ja. Geh aus, 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 Geh aus. Einfach ne... Boah, Jojo, Entschuldige, das soll kein Bodyshaming sein, aber du bist einfach nur fett. Oha. Und fette Menschen muss ich erschießen. Entschuldige, nur Satire, ne? Oha, okay, okay, okay. Mann, ich hätte überleben können. Ja, ich bin genau das, was ich schon immer sein wollte, Leute. Ah, schön, er hat seine wahre Vorliebe. Ich bin ein Schwein, das kann ich dir schon mal sagen, aber welches? Ja, ja, wer es glaubt. Du wirst mich niemals finden. Am Ende, was findest du noch deine Vorliebe als TTT? Hm, gut möglich. Der gute alte Toiletten-Tiefsee-Taucher. Oha, okay, ich sollte aufhören zu schießen. Ja, das solltest du. Das ist nämlich gar nicht zum Schießen. Der war so schlecht, ne? Ei, 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 ei. Hm. Okay, ne, reicht. Warte. Der ist hier irgendwo. Ich, das, das da, da liest du schon mal hier. Ich kann dir auch sagen, ich bin auf der Map. Ja, wow, das, das hätte ich hier zu sehen. Das ist hier irgendwo. Das ist hier irgendwo. Ich bin so traurig. Ich bin nämlich viel näher, als du denkst. Ja, das möchte jetzt so genau auch jeder wissen. Oh, wow. Okay, okay, okay. Ich muss, ich werde, ich muss jetzt gucken, dass ich dich finde. Weil ich hab nur noch fünf Leben und, äh, das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Du bist an dir vorbeigerannt. Ich war, ich, du hast auf das Waschbecken, du warst im Klo, hast das eine Waschbecken gesucht, ich hab mich, ich stand als Klo hinter dir. Oh mein Gott. Du hast mich einfach nicht gesehen, das, ah. Wie geil. Schein. Egal. I just died. Egal. Ich werde hier jetzt einfach ein bisschen chillen. Ich nehme meinen Reis. Mit denen ich immer kratsche. So, letzter Schwester. You know. Ja, warten wir mal kurz einen Moment ab hier, weil ich, das kommt mir verdächtig vor. Man muss sich überlegen, was würde Jojo tun? Gut, also wenn Jojo jetzt die Wahl hätte, würde sie jetzt wahrscheinlich losgehen mit Geld shoppen und sich die Nägel machen. Aber... Äh, also ich bin ehrlich, den Nägel würde ich mir nicht machen. Aber, also, ja, shoppen, ja, schon, aber... Ja. Ja, das ist für deinen Onlyfans Account. Sicher, dass du nicht deinen meinst? Ja, ich verkauf nur Fußbilder, dafür muss ich mir nicht schminken. Ja, ja, du und deinen Fußfetisch. Äh, mein Fußfetisch... Blah, 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 blah. Ich meine, Thomas Tillett ein Tiefstichttaucher. Warte mal... Tee, 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 tee. Das sind vier T's. Also, das hat schon was. Fun Fact, ich bin ein sehr reizende... Ein sehr, 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 sehr reizender... Es ist egal, was du bist, I know, du bist, ich weiß, dass du, wo du bist. Bist du dir da ganz sicher? Hm, also halbwegs. Ja, das hat dir ja jetzt auch sehr viel gebracht, ne? Das könnte diesmal gut für mich ausgehen. Ich hoffe es, also es wäre schon ganz nett. Fuck. Fuck, 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 fuck. Boah, Giorgio, du bist ja immer fetter. Es ist wunderschön, hallo, ich... hehehe lauf, 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 lauf. Mami, ich bin zu jung zum sterben. Hallo! Ja, JA! Ah, schreit, was, ah, ähm, Minecraft, äh! Frech! Egal. Oké. Wenn ich Luka wäre, in welche Bar würde ich gehen? In die, wo die hübschen Frauen sind. Was denn sonst? Was glaubst du denn, in welche Bar ich gehen würde? Ich brauche Räumlichkeiten. Räumlichkeiten? Eine Runde Puff oder wie? Eine Runde Puff. Ja, was denn? Du wirst mich einfach nicht finden. Tür, geh auf. Haha, nein. Und, schon was gefunden? Nee. Ja, das ist aber schlecht. Ja, ja, ich weiß. Ich bin dabei. Ich bleib einfach mal stehen. Ja, ich... Irgendwie hat die Toiletten geklaut. Nee, hab ich verkauft an Tom. Hallo Tür, geh doch auf. Warte mal, was? Das gefällt mir aber gar nicht hier. Das gefällt mir nicht. Ui. Ach, scheiße. Nein, 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 nein. Hallo Tür, Tür. Jetzt hab ich diesen dreckigen Kanister verloren. Also dreckig würde ich jetzt nicht sagen, aber... Es ist einfach schön zu sehen, wie du nichts hinkriegst. Ja, also hier bin ich scheiße, in anderen Dingen bin ich besser. Ach so, ist das. Wir wollen nicht genau darauf eingehen, in welchen Dingen sie besser ist. Also handwerklich zumindest. Ja, ja, Handarbeit ist ja wohl ganz gut bei dir. Ach du Scheiße. Ja, also... Ah, es kann dein Freund sich nicht beschweren, also. Sehr schön. Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte jetzt normales Handwerk. Nicht das, was du hier ständig denkst. Ja, ja, ja. Wo warst du, bitte? Ich, ich bin, ich hab mich oben... Ach so. Ach so. Ach so, ich hab mich in die Treppe hochgegangen, hab ich mich als der zweite Kanister da versteckt. So. Loll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir öffnen eben noch eine Tour. Applaus. Jawohl. Oh nein, ich möchte mich nicht. Ich bin alleine, das gefällt mir nicht. Ah, ich kann eine Tour öffnen. Ich hab... Ähm... Ah, cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein, macht's gut und tschüss. Dann,dimensional. Hey, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. precon 항artfall. mieli ca acquaность. Tographic unter Um 저ß? Wis . Tschüss. Y зд поех vãoously.